Kommando, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie auf. Äh, ja. Ja, Kommando. Komm schon. Komm schon. Da kommt direkt der nächste. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Oh. Oh. Komm, ist getrumpelt. Einer weniger. Ja. Aaaah, Komm schon. Machs gut. Machs gut. Woa. Komm schon. Komm schon. Glaubbar. Wow. Pask. Emily eliminieren. Nein. Kein Problem. Wow. Okay, der wird nicht so einfach sein. Ich bin der bessere Pilot, du Lappen. Wow. Alter. Tschüss. Voll übertrieben. Komm schon. Komm schon. So viel kann er gar nicht aushalten. Der fliegt ein... Okay. Der fliegt ein Advanced-Tile. Aber egal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wow. Mann, das ist eine riesige... Hey. Dell, du könntest mir mal helfen. Du triffst dich nicht mit deinen Torpedos. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schau. Komm schon. Oh, Gas geben, Gas wegnehmen, enge Kurven fliegen. Komm schon. Komm schon. Yes! Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Körbe in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los. Na gut. Rückzug. Untertitelung. BR 2018 Oh mein Gott. Das ist ein Befehl, wo jede Verbindung trennt. Nein, nein. Wow. Okay. Kontaktgranate Heilung. Frontkämpfer, Schockenbo. Festhalten. Wow. Ich schulde dir was. Yep. Fünf Schüsse, fünf Gegner, fünf Treffer. Okay, weiter geht's. Los, 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 los. Wir holen uns unseren Daddy. Boom. Boom. Auf den Kopf geschossen. Die sehen mir ein bisschen aus wie Klone. In der Uniform. Ich brauche Heilung. Vielen Dank. Wow. Okay, bereit, jungs. Mädels. Was? Was? Schocken. E-Aktivieren bitte Haha Ja nie, ist klar Woah I'm jump, jump no more Ah, wo's, ah Alter Alter, wie ne Schu... Alter Fede, schmetten Kanonen, Alter Fette Kanonen Ich mag ID-10 Alter Hat er dein Ernst? Auf die Entfernung schmeißt du? Ah! Wut er meint? Go, go, go! Äh, ja. Immer mitten rein in einen Verstörer. Wo Minimum ein paar Tausend. Wut er vom Schiff bringen, bevor es abstopft. Soldaten sind. Wird auf jeden Fall lustig. Oh, die Oginasso ist mega geil. Er ist noch da. Check das Ding. Echt. Ach so, wir können gar nicht ballern oder so. Ah. Okay, die sind jetzt im Evakuierungsmanus. Admiral. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne Duncan da. Wir müssen gehen los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich hab dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Mein Vater, komm mit. Komm bitte. Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein. Deshalb gehst du ohne mich von dir weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh. Überlebe. Lebe. Dein Ernst? Ich muss zu der. Ich muss überleben. Whoa. Oh Gott. Lass'n Daddy zurück. Komm schon. Warum da... Oh. Komm schon. Das schaffen wir. Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, Gott. Es ist zu still Aiden, es ist vorbei Wir haben gewonnen Echt jetzt? Der Droide sagt mir, dass er lebt Sieht so aus Das freut mich Los, kommt jetzt Das müsst ihr sehen Der Droide sagt mir, dass der Droide sagt mir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rebellion You will burn these ideas away Hope cannot save them Two 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 One Two Untertitelung des ZDF für funk, 2017